ja hallo hier ist wieder krillo ich heiße euch willkommen zurück zu oxygen not included zur perfekten dlc kolonie eigentlich wie gefühlt zu beginn jedes videos müssen einmal die pips dran glauben aber ich habe heute zu direkt zu beginnen was anderes vor weil ich vergesse es jedes mal und deswegen machen wir es heute sofort als erstes wir haben nämlich durcheinander sehe ich wohl eigentlich sollten die namen sortiert sein sind sie aber nicht aber wir können den namen von banni noch verlosen richtig so dafür wir haben inzwischen in der liste kann ich immer sagen 84 namen eine zahl zwischen 1 und 84 es ist die 75 also jemand der oder die spät dazu gekommen ist akosia mit doppel s ok herzlichen glückwunsch du bist dabei also man sieht schon es lohnt sich auch spätes kommentieren dann hat man die chance noch einzuziehen glückwunsch an dich markiert ich auch mal eben dass du schon jetzt drin bist wunderbar das erledigt und ich kann es nicht mehr vergessen heute raumgröße hier ist 115 felder wir dürfen 120 dann können wir diese türen hier noch auf die richtige breite umbauen zwei statuen an den eingang was wir auch mal machen können die räume hier alle ausräumen äh aufräumen den hier auch raumgröße 16 wer bist du was haben wir hier bislang für eine raumgröße 93 so wenn ich das jetzt da oben hier um vier felder verkleinere so bevor wir das hier machen sollte ich vielleicht noch das restliche wasser hier rauslassen wobei es unser da sind schon eine das passt da schon rein glaube ich hoffe ich mal das wird halt mega knapp um es mal vorsichtig auszudrücken vielleicht lassen wir den ziegel erst noch mal weg und schauen dann danach noch mal wie es dann aussieht noch ein weiteres bettchen so diesen raum hier müssten wir dann jetzt noch wieder vergrößern um vier plus drei felder weil es aber er war ja vorher drei felder zu klein also 93 dann sollte es wiederum passen so 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 das beides fertig bauen dann können wir auch hier noch das zeug raus räumen lassen würde ich mal vorschlagen gleich schon wieder für die ganze folge genügend aufträge verteilt hier war es mit dem diamant ja allein solche aufträge wie die hier das dauert ja halt auch ne gerade wegen diesem hindernislauf den es hier ja immer abzuhalten gibt wobei wir den ja noch ein bisschen verkürzen können indem wir hier mal einen schnellen durchgang schaffen dann können wir nämlich darunter rutschen hier hin und dann bis da rutschen das macht es garantiert einfacher dann müssen die da nicht durch durch die ganzen türen und das hätte ich auch schon mal längst umstellen sollen weil das für unsere keime bestimmt nicht gut ist dass man da durch darf dann können wir auch hier mal bauen mach das sogar für den moment dort wird komplett mit mit ziegel weil ich noch nicht weiß ob wir die rutschstange bis da bis dahin verlängern hier haben wir auf jeden fall jetzt einen schnellen weg wir haben alles raus die undichte öl spalt ist gebaut das heißt wir könnten auch dort öffnen den stellen wir mal auf unter 130 grad und den hier stellen wir mal auf über ein kilogramm dann ist ja machen wir mal 50 so jetzt ist das gleich fertig wir können inzwischen auch können wir noch nicht weil ich auch hier noch alles raus räumen möchte ich ärgere mich wenn ich die da jetzt nicht raus holen ok im nachhinein betrachtet wäre hier doch ein atmosensor gut gewesen ist ja auch wisst du was wir machen hier mal gerade folgendes muss denn jetzt nicht wegen jede fünf gramm wasserstoff wieder laufen lassen so den bauen den zerlegen nochmal den aufräumen befehl da ist alles raus das heißt wir können jetzt auch den wieder aufbauen jetzt müssen wir ja auch ein stromkabel herlegen und wir müssen die kühlung für das ganze noch bauen plus wir müssen diese isolierte rohr auch noch hier her verlegen das würde ich dann mal so machen kühlung für diesen bereich also hier beim dampfschlot werden wir auf jeden fall auch noch was machen aber das wird eine größere geschichte stromkabel ist das jetzt der moment wo wir auf stark stromkabel aber eigentlich ist es doch jetzt ist immer noch egal wir können das auch hier noch erst wieder mit einem leiter kabel machen zum einen würde ich die pumpe nur pumpen lassen wenn wir hier saft haben das wird auch keine dauerlösung keine sorge und das hier und das hier würde ich tatsächlich an diesen netz hier mit anschließen bis wir hier nämlich die die steckschnecken umziehen das wenn wir tatsächlich irgendwie nach hier machen und die stromnetze dann auch umgebaut haben so dann die kühlung radiatoren aus aluminium das versteht sich fast von selbst vielleicht machen wir davon auch noch mal wenn ich hatte eigentlich wohl wollte ich das hier nicht damit welche wieder wasser mit einer halbwegs normalen temperatur haben das ist jetzt 50 zyklen energie geht jetzt 50 zyklen energie vielleicht sollte ich auch grad mal nicht so viel mehr mit den prioritäten hier und da rumspielen sondern wir einfach mal ein bisschen abarbeiten lassen und wir schauen uns mal ein paar sachen an die wir noch verbessern können sollten müssten dann ist das die richtige breite er sprach davon und verteilt den nächsten auftrag ja das ist die richtige breite ja dann können die tür schon mal weg ah da ist er hingekommen der isolierte ziegel aus der letzten folge wo ich nicht wusste wo er landet ach ich hab den neuen auftrag da noch gar nicht ein im moment aber weil wir auch für die eierschale noch kein kein ziel haben das erklärt das natürlich Algen können wir auch hinwerfen ich hoffe jetzt dass es gleich aufgeräumt wird bevor der ziegel gebaut wird ja den müssen wir bald umbauen ähm wir machen das fertig und ich glaub dann kümmern wir uns weiter um den bereich hier dass wir die steckschnecken nochmal umziehen es sei denn mir fällt in der zwischenzeit nochmal wieder was anderes spannendes ein was nicht so ganz unwahrscheinlich ist oh das müssen natürlich auch isolierte ziegel sein ne von da aus den ziegel bauen ne auch nicht schlecht äh ja es gibt da halt wieder ein bisschen magmatik drin können wir vielleicht noch aufräumen wenn wir den hier gleich mal befreien so wie machen wir mit der kühlung hier weiter ähm ich glaube ich lass den hier erstmal arbeiten so jetzt können wir hier nochmal in Rekordzeit das Zeug rausräumen dann heizt sich das nicht so schnell auf und was wir eigentlich auch noch machen müssten der Gedanke kommt mir gerade wir müssen hier ja auch noch die Möglichkeit lassen dass CO2 dass es rauskommt ne das heißt die schlauste Idee wäre eigentlich das für den Moment offen zu lassen noch ne bis wir hier alle Gase raus haben den vielleicht auch noch analysieren jetzt wo es noch temperaturtechnisch halbwegs geht auch nicht so ganz blöd auch nicht so ganz blöd da kam der Feierhand dazwischen so Wasser da ist noch Platz für 1000 Kilogramm oh wow die waren ja aber sehr fleißig mit dem aufräumen ne ich bin gerade überaus erstaunt dass das so schnell geht jetzt müssen wir mal eben checken Holz ist ne industrielle Zutat ok so 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 ich hoffe es ist hier noch erträglich es wird langsam kritischer so 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 jetzt können wir hier doch das ding bauen oder genau so 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 hier kann man jetzt anfangen zu wischen so so mit so viel geht das auch echt schnell ne dann wischen wir hier nochmal alles auf was geht so so sie hat so so position 48 52 ok das müssen wir mal kurz hier anpassen ok kerstin hat es auch bald geschafft also so die reine menge die hier rauskommt ist auch überschaubar ne so können wir die hier noch aufräumen so wie viel lang es ist nicht sein ernst oder achso stimmt die sind ja ja klar die laufen ja sowieso mehr oder weniger durch ja 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 da war ja was jetzt machen wir es da dicht im zweifelsfall machen wir es später noch wieder auf aber ich möchte hier die temperatur jetzt anfangen so ein bisschen darin einzusperren diese blöden mäuse die hat mich gleich lange genug geärgert die hat mich gleich lange genug geärgert so jetzt haben wir hier noch den oh ich wollte doch eigentlich alle gase hier rauslassen dann müssen wir dafür nochmal da auch ein ziegel abreißen und dann können wir hier anfangen oh jetzt können wir hier auch mäuse durch ne da wird die auch wahrscheinlich durchgekommen sein wasserstoff müssen wir da noch abpumpen und das wasser hat sich aber auch schon deutlich aufgeheizt sehe ich wohl das kommt da auch nicht so schnell raus wie wie ich das in erinnerung hatte ähm okay steckschnecken war das nächste was ich hier machen wollte ähm so rein von der höhe her würde ich mal sagen würde ich mal sagen wir nehmen das hier mal als höhe an wie viele steckschnecken haben wir denn ach so was kann ich so nicht zählen weil der ziegel wieder offen ist ach so was kann ich so nicht zählen weil der ziegel wieder offen ist das ist einfacher als sie manuell zu zählen so Tiere sind 5 18 ok das heißt der Raum hier muss mindestens 18 Felder breit werden dann gehen wir mal von dem hier aus höher aus zieh das mal hier so rein das ist eigentlich egal ich muss nur hier so ein bisschen an die Dampfturbine denken ne machen wir es mal so also 18 Felder wäre bis da hm wir machen ihn erstmal hier auf diese Größe vergrößern geht immer ausreichend wird es trotzdem ok das machen wir hier nochmal für die Sauerstoffverteilung dass das ein bisschen besser funktioniert dann haben wir es hier mit dem bauen einfacher ich weiß nicht ob ich das Konzept hier so lasse weil wenn ich bis das hier mal mit Rohöl gefüllt ist das ist ja quasi nie der Fall solange wir temperaturtechnisch im grünen Bereich sind das können wir später auch wieder öffnen wenn wir wirklich das Gas da mal oder wir pumpen das Gas noch raus ja ja hm 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 zuvor eigentlich die steckschnecken für eine wohlfühltemperatur 10 bis 20 komfort minus 30 verbrühung gibt erst mal eine runde in der krankenstation und sich da selber eine falle bauen gibt es eigentlich auch nicht das ist auch verboten ja ich will nicht immer an allen stellen gleichzeitig gibt es wieder mecker und mecker gibt es da zu recht endlich haben wir auch mal ein paar flüssigkeiten vermischt es wird auch mal wisse zeit das ist ganz schön viel rohe hier jetzt ist erstmal zwischen stop wir haben das ganze rohöl verbraucht wir stellen jetzt erstmal wieder um auf hand belieferung und sammeln wenn man da fertig ein schwung gold so jetzt muss ich mal tief in mich gehen wie wir als nächstes was wo weiter bauen also das hier sollte das erste werden was wir fertig machen dann wird es höchste zeit für duschen toiletten und sowas das haben wir auch noch noch gar nicht ist hier schauen weiter so ja so ich wo Wir müssen kühlen. Kühlen sollte auch eine der Sachen sein, die wir machen. Hoffen wir mal, dass der hier bald wieder aktiv wird. Dann haben wir einmal den und wir haben den hier für die Kühlung. Gott sei Dank ist da niemand reingeklettert. Das habe ich nämlich schon kommen sehen. So, die untere Reihe fertig machen auch. Hey, was geht los? Das heißt, wir brauchen hier auch bald eine Kühlung. Für die Dampfturbine. Sonst wird das einfach nichts. Dass ich immer so ein bisschen staune, ist ehrlich gesagt, dass wir mit dem Essen noch auskommen. Weil da habe ich schon längst mal ein Problem auf uns zu kommen sehen, aber das lang bleibt es noch aus. Hier habe ich vergessen, die Automatisierung zu bauen. Wer ist wo? Achso, okay. Da seid ihr alle im Kampf. Schleibungen haben wir hier fast ausgerottet. So, hier ist noch was, ne? Warum machen wir nicht? Da einfach einen Gasabzug mit dran. Das hilft uns hier garantiert beim Sauerstoff, ne? So, da. Ne, stopp. Eigentlich müssten wir hier ausgraben für das verschmutzte Wasser von dort. Dann bauen wir da nochmal Ziegel hin, um das da... Ne, stopp. Sonst können wir nicht buddeln. Wir müssen die da hinbauen. Und dann können wir das ausgraben. Dann haben wir hier auch endlich Platz, dass wir da was machen können. Gut, dann fangen die alle an zu wischen, die dann. So, genau das wollte ich hiermit vermeiden. Jetzt ist es doch schon dazu gekommen. Na gut, dafür ist hier jetzt das verschmutzte Wasser mal raus. Oh, ich. Ich tendiere hier dann jetzt auch schon dazu, das Ganze hier mit einem starken Leiterkabel zu machen. Weil wir das Ganze ja jetzt sowieso umbauen. So, wo können wir jetzt eigentlich noch, das hier können wir jetzt mal umbauen. Die Steckschnecken sind hier ja raus. Dann würde ich dringend auch die Badezimmer mal umbauen. Eins könnten wir zum Beispiel hier anlegen. 3, 4, 5, 6. Zyklus 153 und wir haben es noch nie mal geschafft, den Teleporter zu finden. Soll ich das mal ein bisschen, ja soll ich ganz bestimmt, wir forcieren das mal ein bisschen. Ja, das ganze heiße Öl hier ist ein Problem. Haben wir alles? Juhu! So. Dann kommen hier Türen rein. Da muss hier an einer Stelle zumindest zeitweise ein Tieraussetzer hin. Wir brauchen einen Tierfütterer. Hier unten sind wir ja jetzt mit Maske unterwegs, naja. Hilft das hier ja auf jeden Fall. Oh ja. So, verlängern wir nochmal. Dann würde ich hier nochmal weiter nach unten buddeln. Aber jetzt ist wieder irgendwo ein Grabbefehl gelandet. Jetzt muss ich wieder an den kritischen Stellen suchen. Okay, hier ist er nicht angekommen. Wo auch immer er ist. Möge er mich nicht ärgern. Nein, noch stelle ich da gar nichts ein. Stopp. Wir müssen da ja noch wieder den Wasserziegel hinbauen. So ist es jetzt eigentlich auch egal wo das Wasser landet, muss ich auch sagen, aber jetzt ist es wieder alles da angekommen. Oh je, 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 was haben wir hier noch? Nichts Spannendes. Die Frage ist, reicht uns das schon? Ich mach es mal so und dann kann ich es immer noch abbrechen, wenn wir durch sind. Mein Gott, wie riesig ist denn dieser Asteroid? Ja, da kann halt theoretisch auch noch ein Vulkan oder ein Geysir sein. Wir müssen hier schon noch ein bisschen weiter rüber. Ne, ich wollte Ende machen, das kann man alles beim nächsten Mal weitermachen. Ja, das war es schon wieder für diese Folge. Fortschritt ist gemäß dem Motto könnte besser gewesen sein. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ich bin mir nicht sicher, weil ich wieder ein bisschen im Voraus aufnehme, aber es ist dieses Video für Freitag. Was bedeuten würde, heute Abend müsste rein theoretisch der nächste Stream stattfinden? Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid. Hätte ich vielleicht auch zu Beginn des Videos sagen sollen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Video tatsächlich für Freitag ist. Sorry. Ja, irgendwie so in der Richtung auf jeden Fall. Ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.